Haut's ruhig, haut's ruhig. Ja, toll. Jetzt kommt so ein anderer mit einer Dia-Spitzhacke. Der hat mich mit der Hand gehauen. Hätte ich das gecheckt, bin ich gut. Hallo Minecraft, willkommen zum nächsten Let's Play. Und zwar PvP mit dabei. Zumindest im Voice, per Voice, Mavir. Hallihallö. Hallöschön. Toll, jetzt diskutieren die hier über Fußball. VfR Aalen. Ja, ist schön. Habe ich in der Nähe gewohnt. Aber was soll das hier? Bist du dann kein Fan? Oder nicht mehr? Oder nie gewesen? Nee, Fan bin ich eigentlich nie wirklich gewesen. Als Kind, sagen wir mal so. Da ist man ja schnell von allem irgendwas Fan. Da war man natürlich auch mal Bayern-Fan. Ja. Muss ja heute nicht mehr sein. Nicht wirklich, nein. So, zehn Sekunden bis zum ersten Spiel hier. Oh, jetzt dachte ich gerade, es hängt schon wieder. Bei mir ist gerade die Version, äh, die Aufnahme verloren gegangen. Das war schmerzhaft, ja. Äh, jo, jo. Und die Juliane ist immer noch dabei. Ach, wieder nix gekriegt. Ich drehe am Rad. Oh, oh, oh. Das könnte, äh, geh weg. Ich habe ein Eisenschwert. Aber keine Rüstung. Doch, habe ich auch was. Ein Eisenpanzer. Und eine, ähm, Chainhose. Oh, da ist einer. Den könnte ich kriegen. Oh, die Ratte hat mich angezündet. Das ist fies. Och, Mann. Den hätte ich, den hätte ich jetzt gekriegt. Sagen Sie hinterher. Aber den hole ich mir. Den hole ich mir. Der muss, der muss an mir vorbei, wenn er in die Mitte von der Map will. Nein. Das kann ja wohl nicht. Ah, ja, ich habe ihn. Mein erster. Nein. Ah. So viel dazu. Mann, oh. Das war mein erster Kill heute. Nachdem ich vorhin, ich glaube, fünfmal in Reihe gestorben bin. So ungefähr. Ah. Das ist unglaublich, wie mir da immer, äh, das Herz rast. Bei so einem, so einem simplen Game eigentlich. Aber macht einfach viel Laune. Das erklärt, warum du es immer wieder spielst. Trotz seiner hohen, Gewinnraten. Gewinnraten. Pssst. So könnte man es nennen. Ah, ja. Ach so, habe ich. Habe ich schon abgem- Ne, jetzt habe ich abgestimmt für die Map. Oh, jetzt stecke ich im Wasser fest hier. Jo, was haben wir denn noch? 19, 17 Sekunden. Jo, ähm. Wir haben vorhin noch was gebaut, gell? Ja. Ja. Wir haben uns ganz viel Mühe gegeben. Ja, auf Minecraft City. Sehe dir in der Folge am, oh, was ist denn hier los? Da muss man erst runterspringen, damit man was kriegt. Na toll. Ähm, das seh dir in der Folge am, Mittwoch. Nehme ich mal hin. Ach, da muss man wirklich runterfallen. Ist ja doof. Spring, spring, lauf davon. Oh, da gehen wir jetzt lieber nicht ins Wasser. Ich habe die Schutzzeit beendet und ich habe natürlich mal wieder gar nichts gesammelt. Fleißig, fleißig. Nein. Da ist schon einer. Jetzt habe ich vielleicht Glück. Na, Pech. Ja, toll. Hau mich tot, hau mich tot. Hau mich doch einfach. Oh, der haut mich mit der Hand. So ein Idiot. Haut zurück, haut zurück. Ja, toll. Jetzt kommt so ein anderer mit einer Dia-Spitzhacke. Der hat mich mit der Hand gehauen. Hätte ich das gecheckt, bin ich blöd. Hätte ich das gecheckt, hätte ich zurückgehauen mit der Hand. Ach, ist schon wieder voll. Ich komme immer zu spät. Ah, der hat mich mit der Hand gehauen. Ich dachte mir, warum sterbe ich nicht, warum sterbe ich nicht. Warum haut der mich mit der Hand? Was war denn das? Verzweifelt. Highway ist gut. Highway hatte ich schon gute Spiele drauf. Vor allem war das so ein komplett grüner. Wer war denn das? War das der hier? Ja, das war der hier. Mi. Mi Bu. U LP. U LP. U LP. Hm. Paul spielt auch mit. Und Thomas. Gut zu wissen. Simon. Ah, Juliane. Die kennt man ja schon. Ich hab's vorhin mit dir ganz lieb unterhalten. Ne, mit mir nicht. Das war jemand anders, der da gefragt hat. Aber sie hat vorhin geschrieben, sie kommt aus Baden-Württemberg. Also jemand aus der Heimat. Haben sie ja zwei gefunden, ne? Ne, ne. 14 ist ein bisschen zu jung. Etwas, ja. Hab ich jetzt schon abgestimmt? Ne, jetzt. Stimm einfach nochmal ab. Ja, hab ich gemacht. Highway wird gespielt. 5, 4, 3, 2, 1 und los. So, Highway. Highway war immer ganz cool eigentlich. Wir gucken uns einfach. Ah, ich bin wieder zu langsam im Sprich. Ich komm nie von dem Startfleck weg. Das ist immer das Schlimmste. Aber ich hab einen Bogen und Schuhe. Ah, ich weiß, weshalb ich hier so schlecht bin. Ja. Die Einstellung für meine Tastatur ist noch falsch. Ich hab hier... Oh, toll. Jetzt häng ich unter Bäumen fest. Ähm. Ich hab hier noch die Standardeinstellung. Das heißt, Inventar ist E, glaub ich, oder? Oh, schlecht. Das muss auf Tab. Ja, eben. Und ich drück das auch die ganze Zeit und da passiert nie was. Und natürlich muss ich immer Escape drücken. Und das ist ein bisschen ungewohnt. So, ich suche Kisten und finde keine. Toll, was ist hier denn? Ich hab einen Bogen und keine, keine, keine Pfeile. Toll. Ist ja auch super. Ah, hier ist eine Kiste. Schuhe hatte ich doch, glaub ich, schon, oder? Ja. Nein. Ach, Mann. Ja, toll. Ich bin halt einfach... Also, das muss man einfach anerkennen, ja? Das muss man würdigen, dass ich Noob bin. Man kann's nicht oft genug wiederholen. Teams verboten. Doch, da will ich spielen. Oder? Survivor Games. Teams. Hä? Ach, Trap. Okay. Nee, ich will das ja spielen. Ähm, ja. Man kann's wirklich nicht oft genug sagen, dass ich Noob bin. Äh, es gibt's einfach nicht. Also, wir haben vorhin, ähm, ich... Wie lange haben wir ihn gebaut? Vier Stunden? Äh, viereinhalb Stunden, ja. Ja. Ähm, haben wir in Minecraft City gebaut. Ich hoffe mal, euch gefällt das Ergebnis dann auch. Ich denke, wir müssen noch ein bisschen was machen. Ja, das Interieur ist noch nicht so ganz fertig. Man kann zwar schon erkennen, was es sein soll, das Außengerippe... Nein, nicht die Außengerippe, aber das... Die Außenseite steht. Die Außenhaut. Passt, glaube ich. Genau. Ja. Aber bis, äh, zur Aufnahme für, äh, am Mittwoch sollte das eigentlich soweit fertig sein. Genau, ja. Können wir vielleicht in der Aufnahme dann noch die letzten Touches... Das machen. Genau. Oh, ich hab vergessen abzustimmen. Egal. Lassen wir uns überraschen. Survival Games hier. Ach, die Einstellung hab ich immer noch nicht verändert. Das ist natürlich doof. Gucken wir mal kurz. Option. Äh, ne, das dauert zu lang. Wir gehen diesmal gleich mal hier in Flucht. Wir knüchten die Leiter hoch. Oh, da ist einer vor mir. Ich seh nix. So, ähm, da war nix. Ist hier was? Da ist ein Feuerwehrauto. Was macht das denn? Na, da ist die Feuerwache. Okay. Ich hoffe mal, dass sie keine zwei Eingänge hat, sonst bin ich gleich am Arsch. Ja, wie weit geht's denn da hoch? Äh, toll, jetzt bin ich im Turm und... Ach. Das ist einfach so lächerlich, was ich hier mach. Ich, ich geh in ein Haus. Da geht nur ein Turm hoch, mehr nicht. Und find... Chain voll? Ja, doch, da ist eine Kiste. Eine Chainhose und... Ähm... Ne normale Steinachst. Und da ist noch eine Kiste, aber die wird wahrscheinlich schon geplündert sein. Da ist noch mehr Kisten. Und ein Hühnchen, ein rohes... Ah. Ein Bogen. Nehmen wir halt mal mit. Vielleicht finden wir ja zufällig was. Weil da läuft einer vor mir weg. Ich weiß gar nicht warum. Oder hat ein Diamant... Äh... Goldpanzer fallen lassen. Dann nehmen wir doch mal mit. Ah, jetzt... Bin ich gerade geschifftet? Jetzt sieht er mich nicht. Obwohl ich gerade voll in seinem Sichtfeld war. Ja, er bewegt sich. Läuft er weg? Ne, komm her, komm. Läuft da gerade ein Mexican Stand auf? Seine Art. Ah, ich... Kann nicht mal gescheit sprinten. Selbst dazu bin ich nicht so doof. Na, jetzt hat er gesehen, dass ich komme. Oh ja, ein Eisenschwert gefällt mir. Wo sind denn die anderen alle? Hier ist gar keiner mehr da. Die verstecken sich vor dir. Vor mir? Ja, klar. Vor wem denn sonst? Es wird auch nötig sein. Nicht, dass sie durch... Äh... Nicht, dass sie auch noch verursachen, dass ich selber mich umbringe. Ja, die haben Angst, dass wenn sie dich sehen, sie sich, äh... Die Klippe runterlachen. Das ist wahrscheinlicher. Ah, ne, die ja, Spitzhacke. Ich glaube, die hat... Ach, wie... Was war E? E war Inventar, ja. Ja. Fünf Attack Damage. Okay, das Eisenschwert ist besser. Wo sind die Leute hier? Toll, komme ich wieder ins Endgame, ohne dass ich jemanden getötet habe. Na, so will ich ja eigentlich nicht hinkommen. Aber wenn es nicht anders geht, machen wir das halt so. Beschwert sich dann nicht wirklich. Mhm. Ja, im Endgame versau ich sowieso immer. Also, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Gewinnen werde ich es auf jeden Fall nicht. Möge der bessere Gewinn? Na. Im Grunde möge der schlechtere sterben. Also ich. Oh, da ist einer. Dann komme ich aufs Gleiche raus. Oh, ich habe jetzt Bottle of Enchanting. Toll, was bringt mir das jetzt? Oh, ich habe eigentlich eine gute Rüstung gerade. Fünf sind noch da. Das heißt, einer muss noch sterben, dann bin ich im Endgame. Ich habe eigentlich gerade eine gute Rüstung. Und ich habe einen Eisenschwert. Und da war gerade einer. Ich habe ihn gesehen. Da ist er. Ich sehe dich. Komm. Oh, der hat ein Diamantschwert. Okay, da kommt noch einer. Ich mache mich mal kurz dünne hier. Ich lasse die zwei sich mal hier betteln. Vielleicht gehe ich ja als glücklicher Dritter daher vor. Ja, ist nicht alles Offensive hier. Ich muss auch ein bisschen taktieren. Ja, das ist alles Taktik. Alles Taktik. Jetzt gehe ich ihn suchen und sterbe dabei. Weiß ich jetzt schon. Da ist er. Da ist er. Du musst dich auch mal gedulden. Okay, er hat mir noch ein Chain-Panzer gegeben. So, wo ist der jetzt hin? Da ist er. Ja, klar. Ja, klar. Dun, dun, dun. Traurig. Na ja. Aber was nicht tötet, herr wird ab. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Minecraft. Bye.